Willkommen zurück zu Oriental Blind Forest, zur siebten Folge. Auf der Jagd nach Goumon, wo wir ein Laserstrahl-Labyrinth überwinden müssen. Aha. Also, da ich die Lösung dieses Retzels schon weiß. Nein, ich komme hier nicht auf. Ah. Oh. Sag ich nicht. Okay, Schoen. Und somit herzlich willkommen zur siebten Folge von Oriental Blind Forest. Ja, ich glaube, das ist jetzt die siebte Folge. Bin mir nicht mehr sehr sicher. Aber ihr werdet es ja am Tipp gesehen. So. Ähm. Wir. Nein. Äh. Abbrechen. Falscher Knopf. Hier gespeichert. Alter. Oh. Macharakat. Falscher Knopf. Oof. Oh. Oh. Das ist der. Oh nein. Schade. Oh. Komm schon. Ich komm doch. Ich komm doch hier rauf. Hey. Das sind Pflanzen, oder? Nein, Warn ist nicht. Oh, das war knapp. Also. Es gibt auch noch die Dornen, aber. Ah. Okay, das war schlecht. Nein, das hat nicht gereicht. Das hat gereicht. Ich sollte einfach runtergehen, ist wahr? Den Doppelsprung würde ich so gerne können. So gerne. Darüber komme ich nicht. Noch nicht, Leute. Noch nicht. Knappesach. Hey, hey, hey. Zumindest will ich wieder raufkommen. Weil ich jetzt ja noch weiter runtergehe. Ach, come on. Ja, du kleines Kärchen war schon... immer ein Problem. Wie komme ich an dir vorbei? Ach so. Okay. Das habe ich nicht mit einberechnet. Weiß, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Was dauert, den Sprint anzusetzen. Oh, der tut mir ein wenig leid. Das war doch nicht das, was ich unbedingt wollte. Ja, den muss ich so hinnehmen. Klingt leider nicht anders. Ich glaube, die Idee war es, dass man den Luftbrink dort ansetzt, wenn man gar keinen Schaden möchte. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ach, komm schon, Leute. Wie soll ich denn hier raufkommen? Oh, danke. War eigentlich auch der Plan, aber es war nicht der Plan, dass er noch da runterfällt. Danke. Hey, hey, da komme ich ja bald zurück. Was ist denn über mir? Ich glaube, hier komme ich ja nicht weiter, oder? Ich kann nicht nach oben. Hier runter kann ich auch nicht. Ne. Ende im Gelände. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Ne, ich gehe aber trotzdem den Weg nicht weiter. Infolge dem Gumon. Weil ich so... Weil ich in dieser Hinsicht nicht weiterkomme. Weil ich nichts finde, dass es mich weiterbringt. Oh, yes. Aha. Hat sich mal gelohnt. Oh. Halt. Komm schon. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht, oder? Hm. Okay, was ist die Idee dahinter? Wahrscheinlich für später, nicht? Ich kann mir mit dieser Karte klauen. Ich kann mir mit dieser Karte klauen. Ich bin nicht sicher. Ich war mir nicht sicher. Ja. Aber wir machen das jetzt. Dann durchlaufen. Äh, doch, öffnen wir mal. Setzen wir die Karte ein. Und speichern hier mal, so, ah, ich kann hier, ich kann auf diese Seite sowieso nicht durch, also muss ich auf diese Seite. Und hier kann ich nicht drauf, oder? Ja, das war klar, danke Leute, danke. Hm, ist da noch was zu holen? Ja. Ich rauf. Okay. Für das brauche ich Tore. Ach so. Ja, das war's wert. Schade. Wahrscheinlich hier runter, oder? Ein zusätzliches Kartenfragment. Für uns wird. Kurz abwarten hier. Ja. 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 Was? Ja. Oh, was? Oh, was? falsch Komm schon, Leute. Hab ich's doch gut gemacht, oder? Ein Wartenversuch. Ein Wartenversuch. Lalalalalalalala. Das hab ich gebraucht. Tschüss. Oh. Der hat nur noch ein Fragment dafür. Oh, da ist noch was. Was ist das mit der Kanzierung? Gut. Tschüss. Mach ich noch was? Ein paar Sekunden später. So. Weiter geht's. Hab ich jetzt dadurch eine Menge Zeit verloren. Ah, zum Glück. Immerhin. Nur um nochmal sicher zu gehen. Machen wir daraus eine etwas längere Folge. Huch. Knapp gewesen. Das war wirklich knapp gewesen. Das war wirklich knapp. Ich würde erinnern. Was ist das? Bis zum Glück. Bis zum Glück. Ein Stammbaum, Nehru, lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnittst die Luft. Du hast den Doppelsprung erlernt. Oh ja. Uh, zum Glück hatte ich diese Leben bekommen. Oh ja, das gefällt mir. Ja, das war ja klar, nicht wahr? Dass der Baumstern dann verschwendet. Okay, das muss ich noch etwas üben. Oh, da sitzt du. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Eigentlich die neuen Wege erkundigen, nicht wahr? Da mir ja neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ich sollte öfter speichern. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh. Man. Oh. 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 verweichen zuerst die Spende erledigen, dann speichern Schau, Spidey gut, Spidey speichern so, haben wir das nun auch geklebt ne neue Energiezelle oh yeah habe ich vier, mit vier bin ich relativ glücklich ach so, okay, okay ja, das schaffe ich wiederum gut ah, ich kann eh nicht mehr hier rauf wo muss ich denn hin? wo muss ich denn hin? ah, kann ich oh, die Baumann das schaffe ich wiederum nicht, oder? ich bin mir leid, Leute, ich hatte mich unterschätzt hehehe ui was tat weh? da komme ich nicht durch, oder? eine ewigkeit da komme ich locker rüber mhm, Karte betrachten um, 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 um rein theoretisch rein theoretisch selbst wenn ich da rüber komme komme ich ja nirgends mehr hinauf ah, warte doch warte doch warte ich gebraucht ok, ok dieser Junge ist schon da gebe ich zu schon gelenkig sehr mobil das werde ich so oft verkacken das werde ich so oft verkacken hin das werde ich so oft nach der es ist so alles warte warte es warte 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 Zweiter Versuch. Will ich das wirklich? Ja. Ja, war schon gut. Kann ich nichts sagen. Also nochmal. Reichert. Weiter geht's. Nein. 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 Ah, schade. So. Ist der Versuch gewesen. Zeit hat Versuch. Get out. Ja, das ist mein, ja, das ist mein Fehler. Es gibt nicht sehr viel Toleranz. Nein! Okay, das... Manchmal, manchmal hält er sich nicht. Manchmal ist es einfach nur Kacke. Einfach nur Kacke. Einfach ge... Ja, genau. Einfach nur Kacke. Okay, okay. War zu früh. Ja, eigentlich muss ich hier wirklich nur warten. Aufspringen. Aufspringen. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Ah, es muss nicht sein. Leute. Zu speichern ist nochmal, einmal wichtig. Ach so. Nein! Es ist es. Es ist es nicht wert. Nur so. Nein. Man weiss ja nie, ob da was versteckt ist. Oh. Oh. Also. Vielen Dank. Ich beende diese Folge, bevor es zu den nächsten Herausforderungen kommt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss Leute! Bis zum nächsten Mal! Bähig. Bähig. Geist. Bähig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020